Wir sind zurück. Eine ganze Woche habt ihr gewartet. Eine ganze Woche lang war Dirk auf Klo. Ja, jetzt geht es wieder. Pflaumen sei Dank. Ja, alles läuft, alles fließt aus den richtigen Körperöffnungen. Ja, ich habe gerade mein Hämorrhoidenkissen aufgeblasen, damit ich hier sitzen kann. Wir machen das alles in der Sitzenposition, deswegen sind wir manchmal so unterspannt. Wir hängen manchmal mit der Energie durch. Wenn wir stehen würden, wie so klassische Radiomoderatoren, dann würden wir wahrscheinlich die ganze Zeit, hey Freunde, wie ist es da draußen? Du hast ein Stativ, also du kannst hoch. Ja, ich weiß, das hatten wir irgendwann mal, die Idee. Oder ich habe irgendwann gedacht, aber ich weiß nicht, ob das zu ertragen ist. Ich habe auch noch, also die meisten Podcasts, die ich kenne von der Disposition her, sitzen die auch. Geil wäre, wenn einer liegt und einer steht. Und dann immer so bei Halbzeit gewechselt, ob man das hört. Oder hängt, so wie Tom Cruise in Mission Impossible. Achso, ich dachte kopfüber, ja, sehr gut. Ja, nein, ja, kopfüber auch eine schöne Variante. Wie war dein Restaurantbesuch? Ich habe es ja angeteasert. Das ist eine Bar, die heißt Pinchos Nation. Pinchos Nation. Bist du nach den IFA rein oder was? Genau, da war unser Teamabend quasi, wo wir uns getroffen haben. Wie war es mit der schönen Ankündigung? Ja, kommt alle vorbei. Ich kann leider niemanden einladen. Ihr seid nicht auf Produktion da, sondern ihr müsst alle selber bezahlen. Ja, geil. Sind wir ja kurz da. War bestimmt total günstig. Ja, das war das Geile daran. Also der Laden heißt Pinchos Nation. Das ist eine Kette aus Skandinavien. Wer ist Pincho? Ich weiß es nicht. Es ist halt so eingerichtet wie ein alter Zirkus mit großen Tarotkartenpostern an den Wänden. Und ein Karussell steht in der Mitte und es gab Popcorn auf jedem Tisch. Und es hieß halt, ja, wir kommen mit 50 Leuten. Und entsprechend hatten wir einen Tisch reserviert. Und wir kamen da an. Wir waren die ersten, die ankamen. 50? Wie groß war euer Team, Alter? Ja, es sollten noch Leute von den Hosts mitkommen. Und wir waren halt insgesamt 20 Leute von der Cast. Die Produktion sind fünf. Und dann sollten halt welche von den Hostessen mitkommen. Die waren auch eingeladen. Wobei von denen keiner Bescheid wusste. Dirk zwinkert gerade hörbar ins Mikrofon. Naja, auf jeden Fall. Von denen kam keiner. Von den Schauspielern waren die meisten nicht da. Ich glaube, insgesamt am Höhepunkt des Abends waren wir zwölf. Und du warst die Nase, die pünktlich da war. Ja, wir waren die ersten drei Jungs aus unserem Badezimmerteam. Die waren alle da? Na, einer kam nicht von uns. Der, der sich aus allem rausgehalten hat. Wir sind halt da hin. Es gibt so eine Taxi-App, irgendwie Free Taxi oder so heißt das. Wo du jetzt fünf Euro für jede Strecke bezahlst. Richtig räudig. Richtig, richtig räudig. Naja, wenn du eine weite Strecke hast, dann würde es sich das lohnen. Ja. Ja, sicher doch. Aber das ist doch kein Preis. Ach so, meinst du das? Da sieht doch keiner Geld von. Das ist doch nur, um die Konkurrenz rauszudrängen. Ja, klar. Dass du das Monopol hast. Also, naja, auf jeden Fall. Das ist ja noch krasser als Clever Shuttle. Ja. Ja, total. Also, es ist richtig räudig. Aber das ist halt um Uber die Marktanteile ab. Wie auch immer. Das war jetzt nicht der Kern. Woran halten die das denn? Der Sache, ja. Und das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Milliardär, der sagt von wegen, goh, machen wir uns einen Spaß. Ja, bis alle weg sind. Aber da würden doch die ganzen Fahrer, werden doch pauschal bezahlt sein müssen. Ja, sicher. Ja, müssen die ja. So wie bei Clever Shuttle. Ja, du kannst ja nicht vor Fahrt, also. Naja. Und dann waren wir da. Ich bin froh, ey. Pincho Nation. Und du kommst an und du musst in dem Laden per App bezahlen. Du lädst dir. Das ist ja wie unser Imbiss. Ja, schlimmer. Du lädst dir die App vom Laden runter. Wahrscheinlich hast du keinen WLAN da. Genau. Das geilste ist, du kommst rein und das WLAN-Netz ist nicht offen. Das heißt, du bekommst dann so ein Bon auf den Tisch. Und wir sind zu dritt angekommen. Da saßen noch zwei andere Leute drin. Es war der Chef da. Es war eine Dame da, die gekellnert hat, in Anführungszeichen. Und es war einer in der Küche. Das heißt, die hätten alles, was wir bestellen, problemlos so machen können. Und wir bestellen es einfach in der Bar und holen es selber ab. Weil Tisch-Service gibt es auch nicht. Ja, warum auch? Die haben ja eine App. Genau, du kannst einfach, du sagst einfach nach vorne. Drei Leute sagen, wir wollen alle ein Bier, nehmen das Bier mit und zahlen es von mir aus gleich. Wie eine Lampe. In der App. So, und dann lädst du dir also die App. Warte es erstmal auf dem Bon, gibst das Passwort ein fürs Wähler, lädst dir die App runter. In dem Laden ist natürlich kein Empfang. Das heißt, du hast ein Problem, wenn du dir dein Account erstellst, weil du das per SMS-Bestätigung machen musst. Also gehen erstmal alle raus. Ja, das ist halt die nächste Sache. Du musst es halt dann bestätigen. Und das ging halt dann nicht. Und dann hat es aber allen ewig gedauert und hast es eingerichtet. Die Idee ist richtig durchdacht. Und dann musst du in der App was bestellen. Die App ist halt auch nicht gut aufgebaut. Und dann bestellst du halt dein Bier. Und jetzt könntest du sagen, ja, es gibt keinen Service, deswegen ist der Laden entsprechend günstig. Ist aber auch nicht. Ein großes Berliner vom Fass. 0,5, 4,90 Euro. Berliner vom Fass. Ja, aber das klingt auch alles nach so einem Touristenladen, oder? Also so als Event. Ja, weil das ist halt in Charlottenburg. Da kann man nur so in Charlottenburger Asi zählen. In Charlottenburg? Ja, in der Knesebeckstraße. Okay. Naja, auf jeden Fall bist du da halt so, das ist das. Und dann bekommst du eine Push-Mitteilung in der App, dass dein Bier vorne fertig ist. Und dann musst du zum Tresen und es holen. Derjenige, der das Bier fertig macht und hinstellt, der kann nicht sagen, ey, oder was? Ja, wie gesagt, wir waren zu dritt da und es waren zwei Leute nur für die Bar zuständig an dem Abend. Ich meine, wenn der Laden voll ist, dann werden die mit Sicherheit gut zu tun haben. Ja, vor allem das Geile ist, er meinte dann halt beim Rausgehen noch zu mir, wir können auch nicht kontrollieren, du musst halt dein Bier schnell abholen, sonst nimmst du jemand anders weg. Weil das wird halt auch nicht kontrolliert. So, alter Finne, ey. Wie gesagt, auch nicht besonders günstig. Und halt jedes Mal, und jeder, der neu dazukam, wir sind ja so reingetröpfelt gekommen, dem mussten wir halt erst mal erklären, wie das mit den Apps funktioniert. Wie ist denn das, wenn dir jemand dein Bier weggenommen hat? Dann sagen die vorne, ja, können wir nichts für, oder was? Ja, das hatten wir einmal. Da waren wir halt dann so sechs schon zu der Stunde. Und dann war es halt so, dann fehlte halt ein Bier. Und dann war es so, das habe ich aus Versehen dahin gehalten. Meine Güte, ey. Aber ist dann weg, oder wie? Nee, nein, er hat uns das danach gemacht, weil er natürlich überblicken konnte, dass wir drei von uns haben ein neues Bier bestellt. Ja. Und nur zwei haben eins bekommen. Ja. Und dann müssen wir, also die Gläser werden noch nicht abgeholt, und das Essen ist halt in so winzigen Portionen, dafür auch viel zu teuer. Also wirklich, von vorne bis hinten, absolutes Chaos. Und dann, wir haben halt so ein Code für den Tisch, damit er zugeordnet ist, für welchen Tisch welche Bestellung ist. Und dann gab es halt einen IT-Fehler, und dann wechselte der Tischcode, und wir konnten nichts mehr bestellen alle. Aber dann mussten wir halt zum Chef vorne, dann musste er sich mit der IT-Abteilung auseinandersetzen. Wer hat denn diese Idee, Alter? Und wir haben halt einen neuen Tisch zugewiesen bekommen, wo ich gesagt habe, das ist halt alles. Und vor allem, also wir waren zwölf, und außer uns waren noch zwei andere Tische belegt, mit jeweils zwei Leuten. Richtig, was los? Ja, und du kannst auch ein Bar zahlen. Der eine meinte, der hat sich dann halt mit jemand anderem, weil das Einloggen bei ihm nicht funktioniert hat, haben sie sich halt quasi das Gasthandy des Ladens geliehen und auf dem bestellt. Und dann wollten sie halt bezahlen, beide aber getrennt, und dann musste der Chef halt mit Stift und Block alles ausrechnen. Aber das geht auch. Also wirklich, absoluter Traum. Geil, ey. So viel dazu. Also ich finde ja Contactless Pay sonst was ganz geil. Ja, aber du kannst auch aus der App heraus in Bar zahlen, das geht auch. Ja, also ich meine, dass du Varianten halt hast, aber natürlich killt das doch irgendwie komplett das Servicegefühl und wahrscheinlich auch Tipp, oder? Also du kommst ja nicht auf die Idee zu sagen, alter, du standst da hinterm Tresen, hast den Arm lang gemacht, um zu zapfen, Wahnsinn. Ja. Danke. Ich habe das leere Glas wieder zurückgebracht. Ja. Ich habe mir gerade zwei Euro in die Tasche gesteckt. Vor allem, du denkst dann halt so, ja, ich gehe jetzt kurz auf Klo, dann bestelle ich ein neues Bier auf dem Hinweg und hole es dann auf dem Rückweg ab, aber das kannst du halt nicht. Weißt du, wenn der schön weg ist. Ja, du kannst es halt, du musst halt eine App eingeben, dann gehst du halt auf Klo und dann musst du halt hoffen, dass es auf dem Rückweg wieder da ist. Und wenn ich, und das halt auch, weil du es selber holst, ist es halt super unpraktisch, wenn du innen sitzt. Ja, oder du gehst zum Tresen und sagst zum Barkeeper, ey, weißt du was? Und dann weißt du, was denn? Und dann vor seinen Augen bestellst du auf der App und sagst, du weißt es. Und gehst wieder. So, dass man auch die Kommunikation maximal killt. Also wirklich richtig reuertig. Dann meinte er auch so, ja, aber wenn es voll ist, ist es schon praktisch. Glaube ich nicht. Also wenn es halt schon leer nicht klappt. Also was ich glaube zum Beispiel, wenn du halt, so wie es halt auch in der Bar meist ist, wenn es voll ist, dass halt einer die Bestellung halt annimmt und der andere meist die abarbeitet oder mehrere. Dass du so von wegen schnelle Getränke links, einer macht nur Cocktails, weil die brauchen halt ewig Zeit, sowas. Und dann kannst du halt einem sagen, ich kassiere dich mal ab, wenn die fertig sind, da, da, da. Du fragst immer den Kollegen, wo soll das hin? Der hat den Überblick. Und wenn du da dann halt irgendwie eine App dazwischen hast, dass du halt dann sofort weißt, was das nächste ist, kannst du es bestätigen, habe ich gemacht oder irgendwas. Ja, aber es ist ja mehr ein digitales Kassensystem. Genau, es ist ja am Tresen so ein bisschen spannend. Aber das ist ja der ganze Laden dann halt quasi, das ist ja halt dann auch so, ihr wollt nichts miteinander zu tun haben. Also auch, wie geil ist es, dass wir wirklich zu dritt ankamen und mussten uns erstmal alle die App runterladen und die App bestellen, anstatt, was halt demütigend ist für alle Beteiligten. Er kann auch sagen, wir machen es ja normalerweise per App, aber ihr könnt euer erstes Getränk natürlich, wenn ihr es jetzt gleich in Bar bezahlt, einfach bei mir bestellen. Und dann bringe ich euch das und dann macht ihr den Rest mit der App. Dann habt ihr schon mal ein Bier, während ihr alles einrichtet. Also eigentlich hätte ich dann aber auch schon erwartet, dass dann keine Menschen mehr da arbeiten, sondern dass es so ein Vendor-Pub ist oder so eine Vending-Machine hast und dann einfach nur mit einer App halt dann sagst von wegen, okay, sieben Bier und das Ding dreht sich die ganze Zeit und du nimmst nur noch die Flaschen raus oder so. Ja, das fände ich ja auch in Ordnung. Ja, genau. Oder hast du das halt in diesem digitalen Sushi-Restaurant, machst halt verschiedene Teller, stellst dir den ab und dann hast du deinen automatischen Preis. Weil genau so wenig, wie du mit dem Automaten redest, redest du dann ja auch mit dem Barkeeper. Du kannst ja auch gar nicht. Natürlich, das hast du ja auch, also wir lachten halt, also es war halt super lustig, so als Conversation-Starter für uns, weil wir alle erstmal über die App lachen konnten. Ja, ja. Und also, und alle, die ankamen, dachten, also bin ich bescheuert hier? Ich komme jetzt hier an, will einfach nur ein Bier bestellen. Der Chef steht hier direkt vor mir, der am Tresen ist und ich kann ihm nicht sagen, ich hätte gern ein Bier, sondern er musste die App runterladen. Aber ist das der Chef von dem Laden und das ist eine Kette oder ist das das Einzige? Ja, das ist der Chef von dem Laden und das ist ein Franchise. Aber in Deutschland ist es das Einzige bisher. Und in Skandinavien gibt es das wohl schon länger. Und da ist es wohl auch relativ erfolgreich. Aber haben die das so ein bisschen, die haben das so bestimmt irgendwie anders aufgezogen, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen deren Kultur, dass du in Skandinavien halt freundlicher und offener bist und da gibt es halt nicht die Asis, die einfach die Getränke vom Tresen wegnehmen. Ja. Was halt hier in Deutschland gerade in so einer Ecke, wo halt die Charlottenburg-Asikits rumhängen. Ja, ich hätte nur nie gehört, Charlottenburg-Asikits. Es ist halt ansonsten wie so eine, was ist das Cancun und wie hieß das bei dir? Die Cocktail-Billow-Bar, wo du früher rumhängst in Hannover. Sausalitos. Sausalitos. Ja, Billow ist halt eine Kette. Ja, naja klar, aber ich meine, es ist halt so, ja, also wie die Kette. Cancun ist halt eine in Berlin. Okay. Ich weiß nicht, gibt es die auch deutschlandweit. Aber ne, es sind so die, die sind halt immer in so semi-coolen Gegenden. Ja. Dann gehst du halt rein, trinkst deine Cocktails, die viel zu saftlastig sind. So ist es halt da auch. Aber gesagt, halt auch so der Burger ist halt so. Also ich zeige gerade so eine Unter-McDonalds-Größe. Ja, wie so eine große Nektarine sah das aus. Ja, und das halt auch für einen Zehner oder so. Nice. Mit so einer kleinen Pfanne Pommes. Ja, lustig, wenn ihr ein Nobel-Restaurant seid, aber wenn ich mir mein Essen da vorne selber holen muss. Ja. Also die Einrichtung ist halt ganz hübsch. Das könnte so ein Laden sein, der auch so Burlesque-Shows und so hat. So ein bisschen wie der starke August, falls ihr der was sagt. Nee. Klingt nach so einem schwulen Café. Das ist hinterm starken August. Nee, zum starken August ist eine Schönhause. Und das ist halt so eine retro eingerichtete Bar und die haben halt auch Burlesque-Shows, Zaubershows, sowas. Penis, jetzt ist er weg. Nice. Der alte Gag. Ja, okay. Hast du denn irgendwas an Fragen mit dir? Sicher doch, sicher doch. Wo wir schon mal hier sind. Wir sind ja zwei junge, hippe Typen. Absolut. Kriege ich jeden Tag zu hören. Dirk lacht. Jetzt stell dir mal vor, wir, wir sind wieder in so einem Gedankenspiel, wir müssten einen YouTube-Kanal einrichten, der sich gezielt an Teenager richtet. Also halt einer, der wirklich Erfolg haben kann. Wir müssen so Teenager-Content machen. Jetzige Teenager. Jetzige Teenager. Jetzige Teenager. Nicht wir als Teenager. Dirk reibt sich gerade die Verzweiflung aus dem Gesicht. Weil er denkt an die Trending-Seite von YouTube und kommt. Krasser Prank. Ja, sind Pranks noch in? Ja, schon. Pranks sind eine Sache. Fortnite könnten wir natürlich machen und richtig gut drin werden. Wird noch gedabbt? Nur. Ich weiß, Dirk, jetzt ist auch so eine Mischung aus dabben und salutieren, was er hier gerade. Wird noch, wird noch. Gefloss-Dance? Gefloss. Ja, Floss ist innen. Die ganzen anderen Fortnite-Tänze, die alle schrecklich sind. Das erinnert mich so ein bisschen an Vito Vito, oder wie der heißt, der ehemalige Anführer da, oder jetzt wieder Hardgainer-Clou. Der ehemalige Anführer, ja. Und der knechtet sich gerade richtig auf YouTube, um halt irgendwie die jungen Follower zu reißen. Rent Vito. Aber die brauchst du halt. Aber der macht halt also richtig trauriges Dummscheiß und du siehst halt immer, wie unangenehm ihn das so. Genau das ist jetzt unser Leben für diese Gedanken. Ich habe so gar keine Ahnung. Es heißt irgendwie so 12 bis 17 ist Kerngeschäft bei uns. Es gibt auch einen Kanal, der heißt Rentnerzocken. Die waren auch auf der IFA, die kamen bei uns am Stand vorbei. Die kanntest du natürlich. Ich kannte die nicht, aber andere Leute kannten die. So zwei Omis, die Videospiele spielen mit anderen Rentnern, die dann halt konfrontiert sind mit Fortnite oder PUBG und DayZ und wie die ganzen Spiele heißen. Das soll wohl amüsant sein, ist halt relativ groß, aber ich meine. Ja, würden wir sowas Einfaches machen? Nicht dürfen wie Let's Plays? Ja, aber wir müssten das halt für Teenager ausrichten. Das heißt, man müsste die ganze Zeit unser Gesicht sehen. Wir müssten immer so einen Liter Rockers trinken, oder wie das heißt, oder Monster. Monster, Monster in der Gegend. Und müssen die ganze Zeit dann... Spanisch kreischen bei allen... So. Das ist ja auch geil. Du siehst ja auch manchmal, also ich hatte zeitweise ja mal irgendwie ein paar verschiedene Let's Player so angeschaut, ob die ja auch cool sind. Und sind sie meist nicht. Surprise. Und dann siehst du halt auch richtig, welche, die halt auf, was du beschreibst, auf so einen Teenager-Film sind, die das nicht sind. Aber dann halt so, oh, was ist denn da? Ja, oh, da muss ich auf jeden Fall... Übrigens, total nette Grüße an Simbel83. Ach ja, hier ist ja gerade... Oh, crazy, was geht? So was. Du denkst, Alter, es sind noch zehn Sekunden, die du... Gerade, Mann, das Video geht 30 Minuten. Ich kann... Nee, tschüss, tschüss. So, und dann denkst du, oh, das ist halt richtig Hardcore-Job dann. Der Prototyp des Ganzen ist dieser rassistische Schwede, ist der, glaube ich, PewDiePie, der so ein kreischender Lappen ist, der eigentlich nur auffällt durch seine rassistischen Kommentare. Okay. Irgendwie im Multiplayer das N-Word gesagt. Und er sagt, komm schon, also es rutscht einem schon mal raus. Ja, so in Action. Ja, cool. Der knickt gerade. Ja, also das und lauter sexistische und antisemitische Kommentare, aber natürlich wird er von YouTube nicht gesperrt. Weil er einer der größten Kanäle auf der Plattform ist. Aber der ist halt so ein Archetyp. Trump wird auch nicht gesperrt. Dieses hysterischen, ja. Ja, auch so eine Sache. Tommy Gray wurde mal gesperrt, weil er Boris Johnson beleidigt hat, wegen Hate Speech. Tommy Gray, Singer-Songwriter, schrieb auf Twitter, er würde sich, wenn Boris Johnson aus seinem dämlichen Fahrrad vom LKW erfasst, wird, würde er sich dann hinstellen, Konzert spielen und Karten verkaufen. Und dafür wurde er für drei, vier Wochen gebannt. Und dann meinte er auch so, ja, es tut mir leid, die Formulierung war unglücklich, ich würde die Karten verschenken. Ja. Ja, aber, nee, also das ist halt die Variante, wir müssten dann halt auch diese unsäglichen Teenie-Spiele wie Fortnite spielen. Was heißt unsäglich? Du bist ein Fortnite-Spieler, du hast mich erst daran geführt. Ich bin ein Fortnite-Pro-Player. Ich habe es halt vorher noch nie gekannt, bevor du mir das nicht als erzählt hast, gezeigt hast und gesagt hast, oh mein Gott, ich bin komplett fertig. Ja, aber du hast ja gesehen, wie ich spiele. Kannst du es mal den Zuhörern beschreiben, den Unterschied zwischen wie ich spiele und wie die Leute bei der Weltmeisterschaft? Also früher bei Counter-Strike hat man immer gesagt, von wegen, es ist ein Camper. Also ich glaube, er geht halt irgendwie los. Ich weiß nicht, ob er noch großartig einkauft. Lässt sich auf jeden Fall da. Einkauft. Ist das das, wo man vom Fallschirm irgendwie ausstartet oder wird man irgendwo gespawnt? Sprichst aus einem Bus und hast dann einen Fallschirm. Dann kannst du ja aussuchen, wo du absprichst. Sprichst aus einem Bus und hast einen Fallschirm? Ein schwebender Bus an einem Heißluftballon. Ja, selbstverständlich. Das ist ja kindgerecht. Ja, und Klaus landet meist irgendwo, wo niemand ist, sammelt dann so alle Gegenstände, was meist dann halt irgendwie auch mal ein Stück Holz ist und Sägespäne oder sowas zum Werfen. Und dann legt er sich. Nimm das! Dann robbt er bis zur nächsten größeren, sage ich jetzt mal, Sammelstelle von Kämpfen als auch, keine Ahnung, irgendwie Equipment-Scheiße und kämpft da und wartet, bis halt 80 Prozent der Spieler sich erst mal getötet haben. Ja, der Kreis wird immer enger. Ich habe immer noch nichts gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Ich hänge nur da, versteckt. Am besten ist das, wenn man das Buschkostüm findet. Dann kann man einfach als Busch durch die Gegend gehen und steht dann im Gelände rum. So. Da hat man den meisten Spaß an diesem Spiel. Und dann versucht er natürlich als Camper zu snipern. Das ist halt, das ist ja ganz klar. Aber ich treffe auch nie jemanden, wenn ich schieße. Und relativ schnell, also wenn er so zweimal mit Schalldämpfer irgendwo kämpft und snipert, wird das irgendwie registriert von einem dieser Übermenschen-Teenage-Varianten. Dann bauen sie sich einen Turm und rennen weg wie Kinder, statt zu sterben wie Männer. Naja, und wenn er dann auch verjagt nach denen ist, dann fällt dir gar nicht auf, dass er halt die ganze Zeit diesen Turm hinterher rennt, der halt einfach nur ein Fake-Ding war. Und in dem Moment, wenn er merkt, irgendwie ist es komisch, stirbt er im Stand, weil hinter ihm jemand schon gemessert hat, weil er schon seit fünf Minuten ihm hinterher rennt und sich einen Gag macht und tausend, weiß ich nicht, Standfotos mit Klaus macht. Und dann fangst er an zu tanzen, nachdem sie dich umgebracht haben. Es ist aber auch schon Jahre her, dass du es gesehen hast, dass du es gespielt hast. Das ist immer noch existiert, wie du es spielst. Das ist ja so ganz fies, das hat immer so Staffeln, heißt das auch, wo die Karte sich ändert. Ja. Also halt leicht, dass du noch den Überblick hast. Wie hieß das andere, was ich so gut fand? Mit der Insel wurde auch runter rausgeworfen. PUBG. Hast du es gerade nicht gesagt? Ich hatte es auch mal erwähnt davor, ja. PUBG, aber das ist so die ... Aber das ist halt auch die Variante in grün, bloß ein bisschen realistischer. Und ein bisschen weg vom Teenager-Ding. Aber da sind halt auch bizarre Cracks drin. Ja, genau. Und das ist halt auch ... Aber dieses Headshot-Magnum-Ding, wo du denkst, was? Wie denn? Ja, ich bin gefallen aus dem Flugzeug und habe dich auf 300 Yards erschossen mit Handfeuerwaffe. Du kannst halt da nichts bauen, was mir theoretisch entgegenkäme. Ich habe halt nichts auf dem PUBG. Am geilsten fand ich immer diese Probleme schön für Micha und Co., wenn die sich einfach zu viert ins Auto setzen wollten. Ich fahre, ich fahre. Nein, das ist Daisy. Ah, okay. Aber du konntest auch auch fahren bei PUBG. Die sind ja auch gefahren. Ja, ja, ja. Bei PUBG hast du auch Fahrzeuge. Ja, und da hatten sie auch immer Probleme. Ja, genau. Bei Fortnite hast du lange keine gehabt. Ja, weil du gesagt hast, Daisy. Aber die sind ja auch bei PUBG in Fahrzeuge gestiegen und hatten ja auch Probleme. Aber haben die es auch mal mit mehreren gespielt? Ich dachte, ja. PUBG? Okay. Vielleicht ... Ja, vielleicht ... Ich dachte, ja, das kann sein. In der Anfangszeit wahrscheinlich, als das relativ neu war. Ja. Ja. Ich gucke das immer PUBG gerne bei Eurogamer. Ah, das hast du mir erfolgen, was für YouTube-Zeugs hören wir, gucken wir. Ja, genau. Und die spielen halt öfter PUBG. Hatten es eine Zeit lang mehr öfter gespielt. Jetzt sind sie, glaube ich, auch runter davon. Es ist, glaube ich, alles nicht mehr so trendy bis auf Fortnite, aber das ist halt nur, weil die Kids das spielen und halt da endlos Geld reinpumpen. Aber das ist immer noch das Beliebteste bei Kindern? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Es gab eine Zeit, dann gab es noch dieses, wie hieß es, Apex Legends. Weil das ist es. Wir müssen ja erst mal wissen, was finden die geil. Ja, das lässt sich aber ... Da können wir auf Twitch gucken und dann gucken wir in die Charts, was die Leute gucken. Und wie heißt das? Twogo oder dieses Twerk? Nee, wo ... Twitch. Aber was ist da, wo du ... Loco, Molo, dieses Dub-Service-Ding? Ah, TikTok. TikTok. Lokomolo. Ja. TikTok. Wir müssen auf jeden Fall so einen TikTok-Kanal haben. TikTok ist eine Plattform der Verzweiflung. Ja. Es ist wirklich in jedem Belang unschön. Es gab eine Zeit lang eine Twitter-Seite, die hieß Curse TikToks, wo du halt so eine Reihe von TikToks, die hattest, so kuratiert, die schlimmste, das Schlimme. Und es ist alles, es ist unsäglich. Also es ist wirklich die schlimmste Social-Media-Plattform, die du dir vorstellen kannst. Aber da müssen wir schon sein, für die Kids. Wir brauchen ja erstmal einen coolen Namen. Also wenn jetzt Klaus und Dirk YouTube-Kanal Berlin oder was, das wäre vielleicht nicht so cool. Die Clerknicks. Haben die deutsche Namen oder was haben die für einen Namen? Sind sowas wie die Lochis oder was? Oh, die Lochis, ja. Das war doch nur, weil die Loch mit Nachnamen hießen oder sowas. Das gibt es wirklich? Das waren, glaube ich, zwei Brüder, die danach dann auch angefangen haben zu singen und dann sind die auf Drogen und jetzt weg. Ich habe keine Ahnung, ey. Aber irgendwie so ein Scheiß. Ja, geil ist ja, dass zum Beispiel Kevin Wolter halt auch ein unheimliches YouTube-Phänomen ist und das für Junge, also Teenager-Jungs. Also die sich dann halt orientieren an so Körperkult-mäßig. Ich bin 13 geworden, ich würde das Wasser aufbauen. Ja, genau. Also das ist ja halt auch nicht zu verachten, dass man auch sagt, vielleicht könnte man, natürlich würde man wahrscheinlich mit einfach nur rumlaufen, wenig dann so machen. Aber also wenn man halt Sportvideos macht, dann müsste man im Extrem sein. Und deswegen entweder siehst du halt aus wie ein Stier oder du machst ganz gefährliche Sachen. Deswegen würde ich sagen, das mit dem Stier, das würde zu lange dauern, das ganz Extreme. Überwindest du halt einfach deine Höhenangst und kletterst halt immer so am Rand von Berliner Hochhäusern oder so. Und immer mit so einer Facecam, irgendwie die an so einem Helm dran ist. Hey Freunde, ich hänge hier, hui, das war aber knapp wieder, so. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe es heute einmal richtig von der Wand gerissen. Bei wie viel, wie hoch warst du? Ach, da stand ich da mit dem Fuß. Ja, wenn ich mir die Tür so angucke, die ist glaube ich 2,30 so auf der Höhe. Siehste, und dann machen wir 20 Meter draus. So. Easy. Easy, easy, ja. Du fällst ja immer ins Seil. Ich bin immer unten am Hochhaus, unten in Marzano. Aber ich bin gesichert. Ja, weil selbst das Fangen im Seil ist ja schon wieder ganz schön heftig, weil du dann ja gegen eine Hauswand knallst. Ich würde ganz sagen, das Lustige ist auch, wenn ich, Dirk verstümmelt sich ja gerade selbst am Mikro, das Lustige ist auch, wenn ich dann quasi den Abfang tritt, wo ich mit den Füßen auf der Wand lande, auf Fensterhöhe habe. Ja, wenn du es überhaupt schaffst, so dich zu drehen und nicht mit dem Hinterkopf gegen die Scheibe klatscht. Ja, oder durch die Scheibe. Ja. Alles für die Fans. Ja, also das wäre jetzt so, also wir hätten einen Kanal mit Varianten oder würdest du dich auf ein Let's Play konzentrieren? Nee, wir müssen alles abdecken. Ja. Das machen die ja auch, die expandieren ja dann auch immer, dann machen sie irgendwann Let's Plays, weil sie merken, das ist einfacher und du kannst schneller mehr Videos machen, weil es weniger logistischer Aufwand ist. Ich finde es auch so eine Kombination, es gibt ja immer diese, weiß nicht, 50 Bürger in drei Minuten Challenge oder so einen Scheiß. Vielleicht könnten wir das auch machen, dass du halt einfach an so einem Hochhaus in Marzahn hängst und dir dann. 50 Hochhäuser in drei Minuten, schafft er es, oh mein Gott. Naja, oder du versuchst halt, dich am Hochhaus abzulassen oder hochzuklettern und musst dabei halt 20 Bürger essen, sowas, dass man es kombiniert. Uh, ja. Und eventuell sieht man dann, wie du brichst und so. So, das kann man dann in der Totalen, damit man das nicht blurren muss, dass man sieht von dem Regnetz, nein, er entleert sich. Von so einer relativ bekannten Londoner Klettercrew gibt es so eine Challenge, die Hot-Sauce-Challenge. Du musst halt jedes Mal, wenn du über ein Kletterproblem scheiterst, so einen Löffel Hot-Sauce nehmen. Und die Soße wird halt von Problem zu Problem härter. Und die Probleme halt auch, also die Kletterstrecken werden dann auch härter. Irgendwann ist es halt so, oder du ziemlich sicher weißt, das schaffst du nicht beim ersten Mal, selbst Leute, die gut sind, die müssen sich dann halt diese Soße runterwürgen, auf leeren Magen. Und? Ja, der hat auch der eine oder andere Mal in den Eimer gebrochen. So. Das sieht man ja auch gerne. Also ein bisschen dieses Jackass-Phänomen der 90er wird jetzt wieder kopiert, eigentlich schon extremer, als es damals war. Da hat es gereicht, dass man sich halt irgendwie in den Supermarktwagen halt begibt und dann gegen den silbernen Schlüpfer. Ja, und dann halt gegen den Busch fährt. Das haben wir ja auch gern kopiert damals. Wollte ich gerade sagen, das haben wir ja häufiger gemacht. Ich meine, aber auch damals in Letta habe ich das schon mit Timo und Konsorten, haben wir dann halt die ganzen Scheiß dann kopiert, wenn man dann halt betrunken in den Busch springt oder sowas. Das war dann schon echt, ich möchte nicht wissen, wie viele Teenager sich weltweit nach diesem Johnny Knoxville-Phänomen verletzt haben. Ich ja dann irgendwann meinem Arzt auch mal... Finger jedes Mal an mit dem Disclaimer, das sind Stunt-Profis, mach das nicht zu Hause nach, wink. Und die ja auch im Nachhinein gesagt haben, was die an bösen Verletzungen hatten und regelmäßigen Entzündungen. Die waren ja auch dummerweise oft in irgendwelchen Fäkalunternehmungen involviert. Ja, irgendwie im Dixi-Bauarbeiter-Dixi-Klo vom Kahn. Ja, Bungee-Jumping und sowas. Oder sie sind halt über so einen Klärkanal, versuchst du mit einem Stark-Hoch-Ding rüber zu kommen und dann abgeschmiert und so. Und es gab ja halt einen, der halt aus der Zirkusfamilie kam, wie hieß denn der, der auch so ein kleiner Drahtiger war. Und der war halt leider immer am Brechen. So, der war ja halt immer am Kotzen, der arme Hund. Das alleine, was das für deinen Magen macht. Ja. Wenn du beruflich kotzt jeden Tag. Ja, ja. Und also die haben ja halt, ja, und der hat dann auch so Sachen gesagt, wie irgendwann hat er mal so ein Back... War das Bam Baggera? Bam Baggera. Ja. Der hat dann später eine eigene... Der war der andere, sehr... Ja, der hat eine eigene Show gemacht, von wegen, das war dieser Skateboarder, der halt seine ganze Familie tyrannisiert hat und gerne seinen schlafenden Vater nachts halt irgendwie einen Böller geweckt hat oder eine Hupe und so. Das ist kein Bullshit. Also, ja. Zeitweise, da war der halt irgendwie Millionär und hat dann halt sein Haus riesengroß und hat seine Eltern zu sich dann geholt und somit hat er dann gesagt, ich darf dafür alles mit euch machen, alles. Und der hatte ja auch so einen ganz miesen Onkel, der halt irgendwie so ein riesiges Entzündungsloch immer am Hintern hatte oder so oder am Rücken und das durfte er dann immer ziemlich oft zeigen und das fanden sie immer so alle sehr eklige. Es ging immer nur ums Heftige, Eklige, aber eigentlich... Das war so die Zeit von Rotten.com. Ja, genau. Und eigentlich ist das ja nicht viel anders heute so. Ja. Also, es gibt halt immer diese Extremen, die dann gesucht wird im Teenager-Alter und das müsste man dann halt bedienen. Das wäre ganz schön heftig. Also, da glaube ich, lieber Verletzungsgefahr als Ekel bei mir. Was ist denn mit den weiblichen YouTubern? Kann man halt nicht irgendwie so eine Haul-Variante machen? Dass man einfach sagt, von wegen, ja, ich war heute wieder... Keine Ahnung. Ja, wir machen auch unseren Beauty-Channel auf. Ja, oder wir fahren halt rum und kaufen halt immer tütenweise Proteinriegel oder so. Stimmt, sowas geht ja auch immer gut. So. Die Leute, weil die Leute selber nicht mehr in der Lage dazu sind, einen emotionalen Standpunkt zu irgendeinem Produkt oder zu irgendwas einzunehmen, gucken sie sich Reaction-Videos von Leuten an, die irgendwas... Also, wirklich lächerlich, auch so Trailer-Reactions müssen wir natürlich auch machen. Wie die Leute schauen... Also, wir schauen dann aktuelle Film-Trailer und sagen dann... Also, wir lassen uns filmen dabei, wie wir die aktuellen Film-Trailer gucken. Oh! 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 Ach so, wir reagieren so wie so ein halb-debiles irgendwas darauf. Oh, krass, der neue Star-Wars-Trailer! Oh, der Clown! Ah! Ich sage dir, jetzt hat er ihn! So. Ja, genauso. Anstatt einfach, wie du den normalen Trailer guckst... Ruhig auf dem Bildschirm, stachend. Ja. Ach so, und die fassen das gar nicht zusammen zum Schluss? Nein, es ist nur darum, so Trailer-Reaction-Videos. So schlecht gespielte Reaktionen, so. Und dann heißt es von den... Von hysterischen Irren. Ja. Ah, gut. Das ist ganz cool. Können wir noch so vielleicht die sexuelle Variante abdecken, dass wir uns an Luftballons reiben, alles, was bei YouTube geht. Füße einfach öfter mal ins Bild halten, sowas? Ja. Füße ins Bild halten ist immer gut. Füße geht immer. Das ist ja... Ja. Quentin Tarantino gefällt das. Mmh. Mmh. Das ist im neuen Film, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber da gibt es wohl so eine relativ ausgedehnte Fußszene auch drin. Wo du halt selbst sagst... Da muss man an From Dusseldorn denken, als er da den Fuß so abgelegt hat. Das ist ja was. Ja. Ja, gut, der hat er nur produziert, ist ja nicht von ihm. Aber er hat ja mit... Er durfte ja halt... Ja, ja, ja. Was für ein Typ. Aber ich glaube, lange macht er es auch nicht mehr, also so wie er inzwischen aussieht. So ein Drogenharrig oder was? Also der sieht schon sehr durchgekokst aus. Ja, immer wenn ich den sehe, sieht der halt ziemlich fertig aus. Ich weiß nicht, ob das halt einfach schlecht die Gene ist oder ob der fertig ist. Ich glaube, also wie er redet, würde ich mal sagen, ist er schon ein bisschen drauf. Ich höre ihn nicht. Und ähm... Also es ist auch ein Wunder, dass den diese ganze Nacht dieser Weinstein-Affäre es nicht zu Fall gebracht hat. Weil er ist ja... Weil er war auch ganz dicke mit Harvey Weinstein. Ja, und er hat sich halt richtig auch was am Hacken. Ja, Uma Thurman meinte doch auch irgendwie, der wäre fast gestorben beim Dreh, weil Tarantino so einen Scheiß gemacht hat. Wie... Da gab es irgendeinen Autostunt oder so, wo er sie angefahren hat. Er ist ja irgendwas ganz ominöses. Also es war halt keine sexuelle Belästigung, sondern es war einfach lebensgefährlich. Ja. Ähm, und... Ja, naja. Ja, aber so Trailer-Reactions. Ich finde ja gut, dass wir auch mal können auf Trailer-Reactions von anderen Leuten reagieren. Das wäre so der neue Scheiß. Und das halt immer weiter. Ja. Wir reagieren auf unsere Reaktionen auf das Trailer-Reaction-Video. Geil. Ja. Da würde ich, glaube ich, irgendwann abkotzen. Könnten wir nicht so was machen, wie, dass wir uns anschauen, wie wir Let's Plays kommentieren, die andere spielen? Ja. Kurz mal Nasenbluten beim Klaus. Warte. Ich hole es wieder rein. Läuft so ein bisschen rosa. Das letzte Stück. Resthören. Ja, also es wird immer... Der Content, den die Leute wollen, ist immer billiger und schlechter. Ich wollte gerade sagen, wir müssen gar nicht viel moderieren. So irgendwie mit 70.000 Schnitten in der Sekunde. Sondern wir haben halt irgendwas Dummes. Hast du nicht mehr erzählt, dass es diese komischen YouTube-Videos gibt, die von irgendeinem Algorithmus gebastelte Kinder... Hast du das Video nicht gesehen? Ich dachte, du hättest es gesehen. Ja, genau. So ein Algorithmus bastelt das für Kinder aus 3D-Animationen zusammen. Hast du hier zu viel gesagt. Serie impliziert Handlung. Aber die richtig psycho-dadurch sind, weil die halt so frei sind. Und solche, die könnten wir wirklich kommentieren, weil die ja richtig gruselig sind. Ja, es ist auch nur Suchen. Also das Problem ist, glaube ich, die meisten Leute kennen das nicht, aber es ist schon sehr unterhaltsam. Also dieses... Die heißen... Teilweise finde ich echt... Also kriegst du ein bisschen... Ja, die haben halt nur so Suchmaschinen-optimierte Namen irgendwie. Elsa, Frozen, Princess, Spider-Man, Pregnant, Prank. Fidget Spinner, Funny. Also so halt. Pizza, Cats. Joker and Spider-Man, Go to the Supermarket, Fidget Spinner, Funny, Elsa, Frozen, Pregnant. Das ist halt auch das, was vorher halt irgendjemand eingegeben hat, woraus was entstehen soll. Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, und die sind dann halt... Oder gibt überhaupt jemand was ein oder sagt einfach nur, Produzier 47 Millionen Videos. Ich glaube, die geben schon so grobe Rahmensachen ein. Die Frage ist also auch... Der Kommentator, das ist von Folding Ideas in einem Kanal, der heißt Dan Olsen. Der ist auch Film... Achso, das gibt's schon. Nee, also der hat das halt... Da hat er ein Video drüber gemacht. Der hat auch ein gutes Über-Fortnite. Und der ist halt eigentlich Filmtheoretiker. Und der meinte halt, das Problem ist, die sind halt so, als ob sie von einem Algorithmus gebastelt sind oder von Menschen, aber ununterscheidbar zu Geschichten, die ein Computer geschrieben haben könnte. Von daher spielt es auch keine Rolle, ob die mal ein Mensch entworfen hat oder ob sie einfach nur aus dem Computer sind. Und... Naja, und ich meine, so an dem Punkt ist es halt... Der ist der Unique-Selling-Point dieser Kanäle, dass die halt... Es sind mehrere unterschiedliche Kanäle, die aber alle in einem Network sind und eigentlich wahrscheinlich alle derselbe Kanal. Sodass die Kinder, die einmal ein Video schauen, das iPad ist auf Autoplay, und die gucken halt die ganze Liste durch. Und das geht halt, bis die Eltern denen das iPad wegnehmen. Und deswegen haben die halt fälschlicherweise so hohe View-Zahlen. Also ich meine, das ist halt einfach so... Ohne Aufmerksamkeit läuft es nebenbei. Und deswegen sind die halt auch alle ähnlich, aber nicht zu ähnlich. Deswegen sind es unterschiedliche Kanäle, dass die Leute im Network bleiben. Aber mach das nicht. Also es muss doch mit Kindern was ganz Schlimmes machen. Ich glaube, du nimmst es da noch nicht so... Also es ist ja wirklich für Kinder von ein bis drei Jahren. Du nimmst es noch nicht so richtig wahr. Du siehst nur so bunte Farben und Figuren, die du kennst. Aber es ist eh gut, dass Kinder von ein bis drei Jahren Playlisten bei YouTube runterdaddeln. Ich glaube, da ist die dunkle Quote relativ hoch. Und für YouTube ist es halt super praktisch, weil für die zählt es halt als View-Stunde. Und das fälscht halt einfach die Statistik hoch. Also so wie alles auf Facebook und ich glaube auch auf Instagram, von einem Video, was länger als fünf Sekunden angeschaut wird, zählt als angeschaut. Das ist ein bisschen wie die Deutsche Bahn. Kommen wir zehn Minuten zu spät, sind wir pünktlich. Ja, genau. Und das ist halt, ja, Framing. Naja, aber so Reaction-Videos auf die Sachen finde ich gut. Wir suchen uns die kranksten Internet-Videos raus und lassen uns das zuschicken. Dann brauchst du halt nicht klettern. Wir können halt auch in so Haunted Places gehen. Ah, okay. Das ist auch gerade angesagt oder was? Das ist doch immer, es läuft auch immer so Sachen wie diese, wie heißen die? Aber Deutschland hat nicht so. Da gibt es aber auch, da gab es so eine Amazon-Prime-Serie. Also die war dann auf Amazon-Prime von so deutschen Affen, die in irgendwelche Geisterschlösser gehen und halt so tun, als ob es da spukt. Aber das gibt es ja auch von jedem Land. Ja, klar. Also irgendwie, ich glaube, bei D-Max oder sonst was, da gibt es ganz groß so ein Paar, wo sie ist halt irgendwie Medium und er ist halt einfach jemand, der alles fühlt. Und dann rennt er halt immer rum und spielt halt so ein bisschen Bevel Hills 90-210. Okay, okay, wir können ein bisschen zurückgehen. Ich weiß nur, dass es hier schwierig ist. Schwierig. Und dann kommt dann halt irgendwie die Besitzerin so was. Oh mein Gott, der hat recht, hier ist jemand mal gestorben. Nee, 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 sagen Sie nichts, sagen Sie. Ja, uh, uh, so was. Also die ganze Zeit nur am Rumstöhnen. Und dann, Alter, Wahnsinn, der trifft voll auf den Punkt. Und man sagt, der sagt nichts, der ist hier nur am Stöhnen. Eine Stunde ist Stöhnen. Und dann kommen Sie langsam mit den ganzen Informationen, weil er sie irgendwie packt, so. Ja, cold reading. Ja. Es gibt, mein Lieblingsding davon war, die Geisterjäger in so einem Haus und die hatten halt einen Computer, eine Kamera und so ein Tonaufnahmegereich. Die Geräte sind auch mal geil. So ein altes Osteoskop mit Kaugen überschmiert und dann, wow, ich habe hier vollen Ausschlag. Ja, weil du es angemacht hast, so eine Nutte. Ach, diese, oh, oh, oh. Hast du das gehört ganz deutlich? Hol mich raus. Und die hatten halt so eine ... Ja, das ist auch geil, dieses Suggestive, ne? Die haben halt ein Foto gemacht mit Blitz und dann war jedes Mal danach ein Funkausschlag. Und so, oh Gott, da ist das wieder. Wenn wir uns mit dem Blitz abbilden, dann haben wir einen Funkausschlag. Und ich sage, ja, weil eure Kamera an Funkdatenübertragung eingestellt ist. Und ihr habt halt jedes Mal die Interferenz zwischen dem Mikrofon und den Daten, die aus der Kamera weggehen, drahtlos. Ta, 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 ta. Also da kannst du auch dann, wenn du mit dem Handy eine SMS empfängst und das als Mikrofon hältst, hast du einen ähnlichen Effekt. Vielleicht hören sie auch immer komisches Schlieren, wenn sie mit ihrem Schuh über Steine reiben. Aber ich, also das, das finde ich, das wäre auch noch so eine Nische. Also meinst du, es gibt noch zu wenig dafür? Ja, wir müssen hier uns breit aufstellen und dann gucken, was läuft. Ja. Was ist denn mit, was ja auch immer voll abgeht bei Teenagern, ist doch immer diese ... Die aufblühende Sexualität. So. Aber ich dachte jetzt eher mit irgendwelchen Gerüchten. So, und dass wir dann halt, dass wir dann halt irgendwie sowas machen, wie, dass wir halt nicht irgendwelche komischen Stars, sondern entweder machen wir diese komische YouTube-Star-Welt, die ich gar nicht auskenne, dass wir mal gehört haben, von wegen, ich habe gehört, dass Lochi hier mit Gronk gerade richtig am Rizzern ist oder so. Krasser Beef zwischen Rizzer und Lochi. Ja, das ist ja eh das Geile, was ja auch ganz viele YouTuber jetzt machen. Die schauen andere fertig produzierte YouTube-Videos und reagieren darauf. Also die gemachte Arbeit ist ja auch super. Das heißt, wir könnten halt dann auch irgendwie vielleicht sowas machen, was du anfangs gesagt hast. Wir schauen, wie, keine Ahnung, Kevin Wolter reagiert auf ein Video von Rizzer und wir reagieren darauf, wie er darauf reagiert. Ja, krass, wie der da sitzt und so. Und, ah, das ist bestimmt ein Shisha. Ich schwöre, weil er ist ja auch Profisportler. Was meinst du, wie lange wir das machen können, bevor wir uns aufhängen? Drei Sekunden, Alter. Das wird nicht lang dauern. Die Scheiße ist halt wirklich, also es gibt vielleicht Ideen, aber die müssten wir irgendwie durchhalten. Und halt, also wie gesagt, auf so ein Let's Play fände ich ja nicht ausgeschlossen, dass wir sowas machen würden. Aber halt so hysterisch für Teenager. Ich hab gerade gedacht, wie wäre das? Also ich meine, die Musik hören wir ja nicht. Wir können halt irgendwie extrem nervige, gamerfreie Musik runterballern. Und man sieht uns immer nur, jemand filmt das total stressig, wie wir diese Lab-Scheiße von, nicht Lab-Scheiße, aber die Lab-Labo von Nintendo. Also dass man gar nicht sieht, was wir spielen, sondern sieht immer nur so wie, wow, krass, ich hab, das geht doch gar nicht, sowas. und im Hintergrund und dann musst du halt in den Comments schreiben, was hat er gespielt. So eine Scheiße halt. Und da gibt es ja auch noch andere VR-Sachen. Du bist ja jetzt auch immer am Promoten für VR World. Ja, warum machen wir das nicht? Das ist einzigartig in Deutschland. Hier in Berlin. Du bist in so einer großen Halle und hast halt nicht nur halt irgendwie dieses Bild auf deiner VR-Brille, sondern du kriegst mal Wind ins Gesicht, stehst irgendwo, wo es ganz heiß wird. Du hast ab und zu so einen Stock nur und das ist mal ein Stab. Jemand lullert dich an. Ja, und das ist mal eine Stab-Taschenlampe, mal eine Fackel, mal halt einfach ein Schwert. Du musst blocken oder so. Das fände ich schon irgendwie geil. Ist halt arschteuer. Wie teuer ist das? Ich glaube, 120, halbe Stunde. Eieieiei. Maximal fünf Spieler, glaube ich. Es sind sehr Prostituierte, die günstiger sind. Aber wenn du eine Stunde machst, also zwei verschiedene, es gibt halt nur zwei Spiele. Irgendwie einmal gehst du in so eine Gruft und musst halt irgendwas entdecken, so ein bisschen Indiana Jones und einmal ist es so ein Star-Wars-Ding und du kannst die halt auch zusammen mieten, also eine Stunde und dann zahlst du halt nicht 240, sondern zahlst du dann irgendwie 220. Also 20 Euro Ersparnis, wenn du halt zusammen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es pro Nase oder pro fünf, sonst was. Aber ich habe gedacht, das ist schon krass. Das Einzige, was natürlich blöd ist, ist halt eine Halle. Und dann gibt es halt so Bilder, wie dann halt jemand unter so ein kleines Loch, was er halt irgendwie in so einer Gruft sieht, durchkrabbelt. Und du weißt ja, es ist hier nichts. Ich könnte gerade durchgehen. Aber natürlich fürs Spiel ist es geiler, weil auch wenn er runter geht, dann wird halt unten irgendwie ein Ventilator angeschmissen und dann kriegt er was ins Gesicht, weil unten ist halt Luftzug. Also das finde ich halt geil, dass sie halt mit diesem Luftzug mit Temperaturen noch, natürlich ist da noch ganz viel, was man noch verändern kann, aber das Geile ist, du hast ja nicht nur irgendwie deine Brille auf und ein Pack auf dem Rücken, sondern du hast Sensoren auf den Armen, Händen, am Fuß, am Knie und Hüfte und so, dass du halt komplett, du wirst erst mal gescannt komplett und so und dann, also ich hätte schon mal Bock zu, aber es ist natürlich echt teuer, natürlich, weil es halt das Einzige ist in ganz Deutschland und europaweit gibt es eine Handvoll davon oder so. Ich glaube, die Briten sind voll dabei und natürlich wieder die Skandinavia. Ja, ja, ja. Ich meine, also auch VR wird ja auch für den Haus gebaut viel günstiger, also die Playstation VR ist ja so eine Variante, die du schon relativ günstig bekommst. Ich glaube, wenn du die PS Pro und die VR-Ballets hast. Boah, wir machen VR-Sims. Boah, ich bin jetzt in dieser VR-Welt auf einem Sofa und stehe mal auf. Boah, es geht. Ich bin aufgestanden und gehe jetzt auf Toilette. Jetzt muss ich blören, tut mir leid. Oh nein, jemand hat die Leiter vom Pool weggenommen. Scheiße, Männer, holen mich hier raus. Und das kommentieren wir dann? Pranks können wir natürlich auch machen. Oh, echt, gibt es das immer noch? Ja, aber so krasse Pranks, so Zahnpasta an der Türklinke oder so. Ach so, sowas, was früher in der Mickey-Maus drin stand, ist jetzt als extra. Also ich dachte, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die halt immer krasser sind, weil es gibt ja echt schon Sachen, wo du denkst. Das sind so wirklich so handzahme Kinderstreiche, wo du halt keine Mine verziehen würdest eigentlich und die gehen so als krasse Pranks durch. Das habe ich nämlich, ich habe wirklich das letzte Video von wegen Rente Vito gesehen und da stand halt irgendwie in Klammern Rente Vito in Klammern mega geprankt oder Prank-Evito oder sowas und dann war da halt bei so einem Kfz-Teile, sonst was und dann haben sie gesagt, ja, wir haben uns noch was krasses ausgedacht und dann sollte er halt dann irgendwie die Ölablasswanne halt dann irgendwie putzen und dann haben sie halt nichts weiter, sondern der Typ hat einfach gesagt, ja, hier unten, guck mal, hier ist eine Schraube und hatte oben halt einfach so einen Halm, wo er dann halt irgendwie Öl entlassen konnte und hat ihn dann halt irgendwie so einen halben Liter Öl auf die Brust gesprüht so. Das war der Prank. Das war der Prank. Ja, aber die sind alle so. Und du hast dann halt auch den Typen gesehen, der dann halt einfach nur so in die Kamera geguckt hat. So. Und der Typ hinter der Kamera, Alter, wir haben uns richtig rangekriegt, so. Und dann sagt er wieder auch so, da habt ihr mich aber mega geprankt. Ich weiß gar nicht, mal heißt es jetzt Rente Vito oder Pranke Vito. Krass, so. Jetzt ist hier aber echt mal Feierabend. Und dann dachte ich so, ja, das ist, also wirklich so, so Sachen, oh man, jetzt habt ihr den Deckel von der Zuckerdose aufgeschraubt, jetzt habe ich viel zu viel Zucker in meinen Kaffee gemacht. Mann, krasser Prank, super lustig. Und alle anderen drehen halt durch im Hintergrund, weil halt keiner mehr eine Relation hat, für eine normale Reaktion. Ja. Ich meine, was ist denn mit so Reißzwecken in der Butter oder sowas? Ja. Oder im Shake. Oder Uran im Sushi. So. Ja. Ich meine, das ist echt Unterschied zu den 90er, also ich meine, wenn ich überlege, zu, zu, ähm, Johnny Knoxville, wenn die da sich geprankt haben, dann war das ja teilweise echt, wo der jetzt, ach du Scheiße. So. Also, weiß nicht, wenn dann irgendwie der eine hatte, Dose, Getränk, und dann haben die Dose irgendwie an einen Strom angeschlossen und beim Trinken hat er dann halt irgendwie Hals, alles, so eine Dinger, oder sich die Eier mit Strom und irgendwelchen Alligator im Bett und nassig gesehen und jetzt ist halt, Alter, ist das salzig, der Kaffee ist so salzig. Ja. Ja, ich meine, mit unserem Salzen aus der Glühlampe wären wir auch ganz vorne dabei auf YouTube. Ja, aber das war ja schon ziemlich krass. Ach so, das war schon ein bisschen Salz ins Bier. Ja, beziehungsweise hast du ja dann irgendwann ein bisschen taktisch vorgegangen, dass du dann halt mir ein Bier geben wolltest und das habe ich vorher, ich weiß nicht mehr, aber das kannst du ja nicht mehr, das ist viel zu kompliziert für unsere YouTube-Target-Audience. Ich meine, beziehungsweise der krasseste Prank war ja halt, du mich dazu gebracht hast, halt so ein halbes Glas Sambuca, äh Quatsch, Tabasco zu trinken. Das war auch lustig. Freiwillig, weil es halt einfach so gut getarnt war und dann habe ich gekotzt. Ja, es tut mir ein bisschen leid, also gehört mir auch der Kopf abgeschlagen mit einem Löffel, damit es schön langsam geht. Ja, ich glaube dafür, mal den Meister zu zitieren. Reiche ich meine Rente ein? Ja. Habe ich ja damals. Ja, ja, ich meine, so Formate, das ist halt, immer, was kann man ja noch, was geht denn noch? Also bei dir geht auf jeden Fall so ein bisschen Mode? Ich finde auch, wie gesagt, also ich meine so Handpflegecreme oder so, da sind wir beide, da sehe ich ja noch mehr als du, aber gut. Ich wollte gerade sagen, wie oft du dich hier auch irgendwie am Abfeilen bist so. Können wir mal gucken, ja, ich meine, Feilen ist halt so die eine Sache. Ich muss echt schon noch ein bisschen Hornhauten auswerden. So Handcare-Videos. An den kleinen Fingern. Was ich ja letztens geschickt habe von, was war das, Gorilla oder sowas, wo diesen ganzen Bims, Bims-Handraspelstein, da war ja irgendwie dieser Bims-Stein für die Hände dabei und dann nochmal eine Creme und ich ja so was. Das ist halt einfach so. Ich habe ja einen Bims-Stein, also einen normalen Bims-Stein, den ich für die Hände benutze. Ja, aber dass du das halt dann zeigst, dass man einfach nur sieht, von wegen, wie du dir dann eine Viertelstunde halt einfach die Hornhaut abschubst. Ich glaube, ich brauche tatsächlich mal Hornhaut-Pflaster für die kleinen Finger. Ich kriege es da nicht runter. Es gibt Hornhaut-Pflaster? Ja, die sind so mit leichter Salicylsäure versetzt und das löst die Hornhaut auf und danach kannst du es gut abreiben. Also ätz ein bisschen an. Ja. Und wenn du die zu lange drauf lässt, dann hast du morgens ein Loch im Finger oder so. Richtig. Nee, aber es ist also tatsächlich einfach, die ist zu unflexibel inzwischen die Haut. Krass, aber ich meine, was passiert denn, wenn die die Apo ... Bei Björn ist sie gerissen. Ein Horn. Aber bricht da nicht irgendwann ein Horn? Ja, also dem ist halt einfach komplett hier der Lappen abgegangen. Und ich weiß, ich habe so einen anderen Kletterer gesehen, der nimmt mir so eine Zange und schneidet die quasi ab, die tote Haut. Ja, also das war bei Björn auch ein böser Unfall. Also, das ist dann, da war halt die Session mehr oder weniger beendet. Ich fleme gerade. Na, du kannst es halt, also das klemmt sich dann halt ein, die Stelle, weil die hat nicht mehr die, ja, nee, schön ist es nicht. Also ich meine, es ist halt nichts Schlimmes oder darunter ist halt dann, die sind halt die ersten Hautschichten weg. Das schiere Fleisch. Ja. Das wäre, das wäre zum Beispiel ein Video, wo dann, wow, sowas. Krasse Competition zwischen Dirk und Klaus, wer kann sich mehr Hautlagen abtragen? Epidemis to go. Legen unsere Hand ab und haben so ein feines Skalpell und können halt Lage für Lage abtragen. Ah, das macht dann aber der Doc. Ja. Anyway. Au! Ah, komm, geh. Ja, okay, also dann so ein bisschen Beauty, Pflege, so ein Zeug. Ja, wir, was ja total praktisch ist, wenn du im Laden deine, hast du gesehen, dass die unterschiedliche Socken haben? ja. Aber als Paar gekauft. Okay. Das sind Koalas. Nein, das sind Panda, wenn ich weiß. Pandas. Das sage ich der Fachmann. Wenn nicht jetzt Pandan. Ja, das war es auch schon wieder, meine Güte. Hier rennt die Zeit aber auch. Die 13 Minuten kriegen wir jetzt auch noch tot. Ja, was wäre denn, wenn wir, gibt es noch H&M? Ja. Wenn wir da hingehen und du. Noch, obwohl die mega Verluste gemacht haben in letzter Zeit. Wegen Amazon und Co. oder was? Amazon Uniqlo in Europa. Also Uniqlo. Uniqlo ist quasi das japanische H&M, aber die haben jetzt auch den europäischen Markt bei sich entdeckt. Das ist ja echt mit dem Namen. Ein bisschen Klo mit Kuh. Geil, Uniqlo. Ja, aber wenn wir dich halt bei H&M oder Uniqlo hinstellen und du probierst halt alles an. Nice. Auf einmal. Wie viel vom Laden kann Klaus übereinander anziehen? Das ist ja zum Beispiel auch so, dass man halt so sieht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich würde mir überhaupt mal, dir war jetzt Fashion auch nicht so groß geschrieben und dass du halt dann irgendwelche 13-Jährigen siehst, vermutlich 13, also da hast du das Gefühl, die können gerade aus den Augen gucken und sind halt so durchgestylt bis zum Anschlag und riechen dann halt aber auch schon wie so eine halbe Douglas-Fiale und dass du dann halt irgendwie so voll ernst von dir, jetzt haben wir hier so den Spätherbst-Outfit ganz gut, man sieht die Boots, die passen so ganz smart noch zu den Schuhen, äh, zu der Hose, aber ich würde sagen, Alter, die Brille geht gar nicht. Und das Haargel so. Ja. Alter, was macht denn Timmy gerade, ey? Der ist, also der, letztens irgendwie, hast du mir ein Foto geschickt oder hab ich das gesehen, dass der halt ... Hat der noch was gepostet, wie er letztens? Ich dachte, seine Social-Media-Woche war wieder beendet. Ach so. Dass der halt nicht braun, sondern rotbraun war. Ja, gut. So geht's immer, Alter. Tim, du Maschinen, Wiese. Wir würden live irgendwie YouTuber anrufen und dann einfach auflegen, wenn die sagen, ja. Das ist aber ein ganz schön krasser Prank. Naja. Es reicht ja, wenn du halt einfach nur einspeichertst als Name, keine Ahnung, äh, die Lochis und dann sagt er mir, was denn? Und du, he, 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 und legst auf. Ja, krasser Beef zwischen Dirk Klaus und den Lochis. So. Das klingt eigentlich wie so ein 80er-Jahre-Kinderfilm. Aber auch ganz doll wie so ein Video. Dirk Klaus und die Lochis mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Äh, soll ich einfach mal schauen, was gerade, was mir gerade so eingefallen ist? Der ruft die Lochis jetzt an. Ne, ich hab halt gedacht, was halt bei den, äh, wie heißt denn das, bei den Trends ganz oben ist. Ja, also es gibt, was halt auch immer geht, sind so dumme Listicals. Fußball. Oder zum Beispiel, kennst du, Allmann und Brathan, Eskalation auf Mallorca, in Klammer mit, Phil Laude. Teil 2. Und der hat halt, äh, 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 vor einem Tag hochgeladen und hat jetzt irgendwie, äh, 616.000 Aufrufe. Der erste Teil hat 727.000. Uh, Mädchen in Asozial. Vier featuring Kelly, Julian Bam. Sowas. 2,6 Millionen Views in zwei Tagen. Es ist, oh Gott. Sensationelle Pferdedressur, begeisterte Jury. Das ist super Talent 2019. Ah, ein bisschen Fernsehen kommt da mit. Julia Botex kommt wieder auf Sächsisch. Trau dich Joey, Joey's Gentle. Die Top 3 verrücktesten Küchen-Gadgets, Gadgets falsch geschrieben, von Ray Fox. Klimawandel, das ist jetzt zu tun. Oh, den habe ich gesehen, der ist gut. Das, das ist das Einzige, was echt wirklich informativ ist. Krass, aber das ist ziemlich hoch, weil in, in Klammern featuring Rizzo steht. Oder Rizzo. 10 Monate E-Scooter, was soll der Scheiß von der Heute-Show auf Platz 49. Don't Call Me Angel von Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey. Wenn die alle zusammen, dann ist ja auch. Ei, 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 ei. Für jeden was dabei. Ja, ist, äh. Da siehst du, uh, das ist auch was für uns. Test ist hier. Crispy Rob testet die verrücktesten Produkte für die Schule. Sowas. Ja. Oder verrückte Sachen essen. Ich glaube, das geht auch. Garten News, die erste und letzte vielleicht oder aber auch vielleicht nicht. Allein schon müssen uns auch zusammenreißen, ständig Emojis in die Titel zu packen. Zirk ist begeistert, ist kaum von seinem Handy jetzt wegzubringen, was er in die Ecke geworfen hat. Also du brauchst wirklich echt die Trends dir nur kurz und du bist da jetzt schon so ge... Ja, also wenn die ein Außerirdischer sehen würde und sich überlegt, ob die Menschheit weiter existieren darf oder nicht, Todesstrahl oder Hallo sagen. Meine Güte, ey. Stehen geblieben. Weg mit allem. Zurück. Was wären so denn die Trends im 18. Jahrhundert bei den Jugendlichen? Feenpornografie? Du lachst jetzt. Ich lache nicht. Ich schüttel den Kopf. Erotische Abbilder von Frauen in Feenkostümen waren ein großes Ding zu Beginn der Fotografie. 1793 der Knaller. 1800 noch was, ja. Aber ich habe gerade 18. Jahrhundert gefragt. 18. Jahrhundert. Ah ja, okay, da sind wir noch davor. Ja, dann kniehohe Strümpfe. Ja, oder sind die 16. Jahrhundert? Das zum Beispiel als YouTube-Video. Wie lange darf das Haar des Mannes sein? Obwohl, ne, da hatten die auch mal so... Weiße Lockenperücke. Jetzt mit einer Locke mehr. Kurzlebiger Trend. Oder hier, um zu bleiben. Wann ist Puder noch gut? Ja. So. Ja. Kommt jetzt Waschen zurück? Wie viele Ratten machen eine Seuche? An diesen drei Zeichen erkennen sie, dass sie an schwarzer Pest leiden. So. Ja, Mensch, da haben wir es doch. Ja. Kann ich mit Leiche Geld machen? Nice. Die Ghouls sind zurück. Lesen. Jetzt auch für Unterverdiener. Preußen. So hot ist Friedrich der Zweite privat. Ich finde, das hatte was. Das wäre so ein langsamer, aber stetiger Trend. Und ich würde sagen, dass das brennt irgendwann richtig. Ja. Es ist auch gut, dass wir keine Videos machen müssen, sondern schreiben das einfach als Bannbulle auf. Was ist Bannbulle? So ein Eilbrief. Ach so, ich dachte, irgendwas mit Kakao und Jägermeister. Einmal Bannbulle, Alter. Du musst doch noch fahren. Kakao-Jägermeister. Alter, hier habt ihr es zuerst gehört. Das wäre so das einzige alkoholische Getränk vor unserem Imbiss von letzter Woche. Ja, ja, ja. Er hätte gerne Bannbulle noch dazu. So nach Kräuter schmeckender Kakao. Oder ein warmer, cremiger Jägermeister. Ich weiß nicht, welche Gedankenvariation davon schlimmer ist. Ja, das ist wie so ein heißer Baileys. Hast du noch nie getrunken? Latte Macchiato mit Baileys. Das ist so weit ging es mal. So kriegst du auf jeden Fall einen Wasserkocher platt. Nur Wasser einfüllen. Oder hier dein, äh, wie heißt das? Solar Stream. Ja, genau. Schön Baileys mit Kohlensäure. Finde ich auch albern, dieses Ganze nur Wasser einfüllen. Ich hoffe, du hast es mittlerweile schon widerlegt, dass das gar nicht stimmt. Ich habe den gleich mal geschrieben. Feuerzangenbowle geht auch. Geht ebenfalls. Bisschen aufspudeln. Ja. Etwas unterkochend einfüllen, dass die Isolation nicht gleich flirten geht. Ich sage mal so, jetzt so ein Feuerzangenbowle auf Soda. Ja, also die sämtliche Dichtung und sowas, die kleben es ja tot. Du kannst dieses Ding wahrscheinlich nicht mehr aufschrauben. Das ist ja nur eine Dichtung. Ja, gut, dann ist ja egal. Ich kann es danach wieder mit Honig anschmieren. Krasse Feuerzangenbowle. Diese vier Jungs, vier bis fünf, machen den Praxistest. Und dann ... Das Foto, das eine Foto, was wir gemacht haben. Das passt ja eigentlich für jedes Jahr. Haben wir es letztes Jahr gemacht oder vorletztes Jahr? Wo wir da so alle so brav waren. Wir haben den trashigen Weihnachtspolier an. Ist ja erst ein Jahr alt. Gott, also für fünf Minuten. Danach mussten wir raus aus diesem Polyester. Ich habe den ja noch in Hannover angehabt. Alter, das Ding ... Leider stinkt das auch relativ schnell. Also ich glaube, so lange hatte ich es gar nicht an, aber es ist ja nur Kunststoff. Also du wirst ja als ob du eine Plastiktüte überziehst. Also so gesehen ist der auch warm. Ja, das ja, aber halt so kratzig, räudig warm. Ja, direkt auf der Haut. Ich habe den jetzt nicht nackt angezogen. Naja, aber du hast ja wahrscheinlich keinen Longsleeve drunter. Du hast ja die Ärmel. Denen bist du ja ausgesetzt. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das Fazit ist. Haben wir 45 Minuten geschafft. Ja, ich glaube, das Fazit ist, dass wir tot sind. Das war nochmal die Frage, was wäre, wenn ... ... YouTube-Kanal für Teenager gestalten. Ich glaube ... Vielleicht müssen wir einfach nur auf TikTok sein. Ich glaube, vielleicht sind auch nicht alle Teenager doof. Das halte ich für eine gewagte These. Aber es kann echt sein, dass man das eine oder andere ... Was sagt man? Kind? Nee, ja, Teenager. Wie ist das deutsche Wort? Pubertierende. Also. Hier, ich gebe jetzt Dirk mal zum Test TikTok in die Hand. Dann kann er sich selbst davon überzeugen, dass Teenager eben doch doof sind. Alle, ich sagte alle. Oh krass, Dirk hat jetzt das iPad in der Hand. Mega krass. Julia Botox und Rezo. Krass, krass, Mann. Rezo, wieso bist du hier bei TikTok? Jetzt kommt das nicht mehr, du musst nochmal. Und zwar Rezo. Ja, lol, ey. Ja, lol, ey. Ach, Gottes Willen, wenn ich die Reden höre. Das war der Typ, der doch CDU-Zerstörer-Video gemacht hat. Hast du eigentlich ... Hast du das ... Hast du eigentlich CSU gesehen? Oh, das ist ja nach hinten losgegangen, ne? No shit. Das Ding hat ja irgendwie ... Wie viel? Hunderttausend ... Ja, also die Dislike-Quote ist ziemlich hoch. Alle negativen Kommentare löschen sie sofort. Also sind halt bemüht, das zu machen. Das ist aber auch ein leider richtiges Opfer, ne? Den haben sie ja gezeigt hier bei Olli, wie der halt vor einem Monat noch aussah. Also ich meine, sei ja schon gruselig nach FDP oder was aus. Der hat halt normalerweise dunkle Haare, trägt einen Anzug und eine Brille, wie ein typischer Junger von der CSU mit 40. Und dann sieht der halt aus wie von so einer Hardcore-Sekte mit Wasserstoffblonden Haaren, keine Brille. Mit T-Shirt. Nee, ich glaube, der hat ein weißes Hemd aufgeknüpft, so. Um ganz lässig und sowas zu sein. Und hat halt irgendwie ... Servus, wir hier bei der CSU. Omega-Fail von Greta Thunberg mit dem Boot. Also alter Fähne. Ja, aber ich meine ... Und keiner fliegt mehr als die Grünen, was halt auch nachweislich nicht stimmt. Ja, aber ich meine, warum soll sie sich nicht mit ihren Freunden der AfD auf eine andere Stufe stellen und erst mal mega ablügen? Also es sind ganz viele Sachen, was ich auch geil fand. Ja, und die Grünen sind dagegen, dass unsere Bundeswehr gratis fahren darf? Wer hat's durchgesetzt? Die CSU. Wann haben die Grünen letztes Mal was für die Truppe getan? Also als die Grünen noch an der Regierung waren, war die Bundeswehr zumindest noch so schlagfertig, dass sie zwei Auslandseinsätze gestemmt hat. Jetzt mit CDU, CSU fällt der ganze Laden auseinander. Und der Affe, der die Wehrpflicht ausgesetzt hat, weswegen die Bundeswehr immer rechter wird, weil keine normalen Bürger nachkommen, war Guttenberg. Also ich meine, dieses ganze Format, auch halt so aufgebaut, als Kindern sind die Inhalte egal, die achten nur auf bunte Formen und Schnitte und krasse Lautstärke. Lol. Weil Kinder dumm sind. Das wissen wir bei der CSU, weil unser jüngstes Mitglied 68 ist. Hast du nicht gerade gesagt, dass Teenager dumm sind? Richtig, ich bin ja auch bei der CSU. Ja, aber ich glaube, der Typ hat richtig Probleme jetzt, wenn der unterwegs ist. Wahrscheinlich sieht der wieder normal aus und ist halt einfach nicht mehr zu erkennen, was das angeht. Aber die CSU hat halt mal, glaube ich, erfahren, dass das so nicht geht. Also, dass du das halt, du kannst es halt so nicht durchziehen. Ja. Und wenn du halt einfach nur Inhalte für Rentner hast, kannst du die halt nicht für Teenager verpacken. Also. Und dann halt aber auch irgendwie so eiskalt Lügen reinklatschen. Boah, und auch so Sachen wie, ja, bei der Vereinigtes Deutschland-Demo waren Antifa-Flaggen, aber keine Deutschland-Flagge. Ich dachte, schwarz-rot-gold steht für Einigkeit, Recht und Freiheit. Was ist da denn los? Also, ihr Linken seid ja ganz schön Faschisten. Freunde, ich glaube, so die Zeiten, wo die Deutschland-Flagge mal kurz, 2006, eine positive Konnotation hatte, sind wieder vorbei. Ordentlich was dafür getan. Ja, also ich meine, das war ja mal so dieser gehypte Sommer, wo es dann hieß, ja, das ist so der Hurra-Patriotismus und die Leute hatten wieder eine deutsche Flagge im Fenster. Das ist jetzt passé. Aber die sind ja auch geblieben. Ja, ein paar sind geblieben. Gut, die hängen sie wie die Belgische hin oder malen, das ist ein bisschen verkehrt. Ja, das ist ja auch schwierig. Das ist horizontal oder waagerecht. Gut, in diesem Sinne, enden wir jetzt auf einem Hurra-Patriotismus. Leicht melancholisch. Aber das kann man hier ändern. Ja, könnte das sein. Ihr habt das selber in der Hand. Schreibt an atfynisupport auf Twitter, oder? Fynissa at gmail.com Oder hört einfach Fynissa. Allen YouTube-Dingern und falls es Spotify für uns lässt, irgendwann auf allen anderen Podcast-Apps. Es ist eine richtig schöne Stimmung gerade. Ja, mittlerweile ist es ja auch ein bisschen kälter. Da darf es auch ein bisschen melancholisch sein. Ja, wissen wir ja nicht, aber vielleicht. Ja, genau. Ja, ja. 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 Vielen Dank.